weil meine datei größe sonst wieder zu groß wird hatten wir doch schon mal ich erinnere dich drei stunden durch den aufnahme minecraft ja ich hätte das problem nicht ja ich krieg es einfach nicht und wenn ich das problem habe muss ich sie nun klatten die passagen 11 11 11 aber dann ist ja alles in ordnung schon wieder eine neue runde ich muss nur richtig reise nach tattel ich kriege immer scheiß wenn wir das doch bitte das na gut jetzt wir würden in die luft die luft in die luft werfen kann ich kann nichts machen da nach oben kriegen kann ich aber warum kann ich nach unten klicken nimm doch der joshie alter der arme donkey kong geben müssen jetzt zwei sterne ja aber es würden keine stelle gezogen ja egal münzen ja und joshie soll keinen ständen klauen 27 jahr klar ja keine ahnung ja was sind aber sicher zentrums möchte ich jedoch bestimmten und stern holen 1 2 3 haha du wärst ja weggegangen ich mach bloß die freunde werden ich muss mir nicht an du bist und kobold ist jetzt schon mal auf meine liste und meine liste claude die sterne kann ich dafür ich habe einfach nur das ist total unfair nein ist es nicht was ist total unfair hier schon wieder kommt dann klicken das oft genug damit kam ach du hast die eier kopfbeerde muss ich mir um die kümmern komm her gib mir die gib mir die ich habe gesagt gibt mir die jetzt wenn ich den geist bin du auch gib mir die bierne gib mir die bierne oh nein oh mein gott ja ich wollte doch nur die bierne haben wenn sie sind nicht aufgegangen ja auch und die restliche münze die 1 ja 1 1 1 jetzt ist es aber 1 1 0 langweilig ja total langweilig müssen wird scheitern ja 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 ich sehe jetzt schon mal eine 2 2 2 2 10 10 10 das war irgendwie klar das war irgendwie klar das oder 100 sterne bonus das große chance achso ja doch ich sehe jetzt schon mal ein bisschen mein kopf da drüben sorry ich weiß auch nicht warum ich das glück habe er hasst mich total sind dass wir werden so richtige freunde gerade ich war doch klar irgendwie das ist jetzt muss ich mit dir auch noch in einem team weiße er glaubt mit zweimal die münz der höchsten sprint nein aber ich muss mal gucken was wir nochmal für das beide machen mussten teilt euch mit dem links 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 müssen wir machen und beide gleichzeitig immer was angezeigt wird ok ich habe wenn rechts kommt mal links immer wenn mein bruder nicht kontrolle mein bruder nicht mal den controller ich habe mich gemacht hast du falsch gedrückt jetzt oh mein gott ich flackern ne das nervt auch ja ich habe immer von meinem bruder den controller genommen und dann für mich gemacht warum warum man cheetah früher haben wir das immer so gemacht als kleine kinder hallo cheetah hier 1 centus mit dem ich eigentlich befreundet sein wollte reißt mich in den ganzen gesamten münzen tot was kann ich denn dafür der eine klopp mit dem stern das für kaputt und ich kriege ja das glück er hat das glück ja tippt 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 tipp oder ja klar oben links ersten beiden kannst du das generell ja klar kannst das sehen aber das habe ich das sehe ich jetzt glaube ich das nie gesehen ich glaube als geht habe ich mir das gemerkt und wo was war der vergleich das aber jetzt wird man kann das sogar sehen wo was falsch den oben rechts ach ja zur strafe hätten alle anderen fünf kriegen müssen und irgendwie noch 15 wird sozial gewesen vom spiel dazu fühlst du eine schöne 2 kommen wir klauen nach dem stern wir haben wir das ganze geld vom flash geklaut wir kriegen keine weitere dazu also scheiße da hängen dabei du kannst du eng gehen christin münzen abgezogen kannst du noch ein holen ich glaube du willst das ziel aller anderen jetzt ich glaube ich kann auch das fragezeichen ich glaube ja natürlich ein bisschen ließ ich glaube mir nicht eher ja 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 ein egal der schicke ich auch schon mal nicht nicht schon wieder krabbel warum kriegen die andere sagen das ist manchmal so ein bisschen nervig ich weiß nicht ob ich mal drücken soll ich darf das glaube ich ok habe hier spielten am spielen schn normalt ist hier sachen das spiel für mit mit duden die eine münste die das ist mein lohn ja und das ist das trinkgeld nein und das nehme ich dir weil du 30 münzen abgezogen hast die wollte ich mir auch noch nein du hast mit 30 münster gezogen die größte wieder ja und was kann ich denn dafür nein jetzt sind wir quitt